Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11183 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Im heutigen Technologiezeitalter sind die sozialen Medien aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. In dem Buch, das ich gerade lese, geht es um eine junge Frau, die sich in einen alten Mann verliebt. Im Frühling wird die Sonneneinstrahlung stärker. Es bleibt länger hell und die Temperaturen steigen. Im Frühling wird die Sonneneinstrahlung stärker. Es bleibt länger hell und die Temperaturen steigen. Im Frühling wird die Sonneneinstrahlung stärker. Es bleibt länger hell und die Temperaturen steigen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer hat noch Verbesserungsvorschläge? Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer hat noch Verbesserungsvorschläge? Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer hat noch Verbesserungsvorschläge? Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Glück, dann könnte es klappen. Ich bin optimistisch. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Glück, dann könnte es klappen. Ich bin optimistisch. Ich bin optimistisch. Die ersten drei Sonnenkollektoren sind seit vielen Jahren auf dem Haus. Danach haben wir weitere Kollektoren auf dem Dach des Anbaus installiert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und damit die Vorred ausfussten file��ten. Du bist 1940? Ich bin automatisch. Ich bin Campuchelt.